Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4 Nuka World. Hm, ich habe ein bisschen Angst, wie Strong mich anguckt. Ich glaube, der will mir fressen. So, bauen wir hier mal ein bisschen weiter. Wir könnten jetzt die Farm von innen ein bisschen dekorieren. Ich glaube, das mache ich auch, weil ich habe ganz ehrlich gesagt nach nicht so hundertprozentig einer Idee, was wir aus dieser Tankstelle hier machen. Ich würde ja wirklich fast sagen, dass das Tankstellengebäude selbst so eine Art Werkstatt wird. Und dass man hier dann irgendwie so die Wohnbereiche baut. Das Gebiet ist ja eigentlich groß genug. Und hier ist eben die Farm. Hier wird Essen angebaut und dann haben wir hier eine richtig coole Siedlung. Ich mag ja sowas. So schöne Siedlungen bauen. Ich meine, die erfüllen ja im Grunde jetzt nicht wirklich die Mörder, äh, Funktion in dem Spiel eigentlich, wenn man ehrlich ist. Und man kann im Grunde bauen, was man will und es passt schon. Aber ich tue immer so, als würde alles, was ich baue, wirklich einen Effekt auf meine Siedlung und auf meine Siedler vor allem haben. Dann macht es mir mehr Spaß. So, ich würde dir gerne eine Leiter. Die sollte aber möglichst, also, weiß ich nicht. Ich glaube, das geht, oder? Ich glaube, so kommt man noch durch die Tür durch ohne Probleme. Die Tür lässt sich auch schließen. Und man kann auch rausgehen ohne Probleme. Naja, perfekt. Dann ist das eine gute, eine gute Treppe. So, wollten wir nicht irgendwie Strom hier drin machen. Warum denn nicht? Und da das so eine alte Scheune hier ist, könnte ich mir vorstellen, dass man sogar den Generator hier rein stellt. Das ist vielleicht gar nicht hässlich, oder? Vielleicht sogar absichtlich. Ich meine, ich habe da unten quasi eine endlose Stromquelle. Aber man könnte so einen alten Generator hier irgendwie noch reinstellen. Einfach nur so zum Spaß. Hm, ah, nee. Okay, nee. Mach ich nicht. Ich mag lieber eine Hochspannungsmastenreihe hier hin. Das passt auch ganz gut. Das ist auch ein schönes Landschaftsbild, glaube ich. Also, schön. Immer ein bisschen relativ in dem Spiel. Aber mit Charakter. Das hat Charakter, wenn da überall so Hochspannungsmasten stehen. So, jetzt muss man die nur mal irgendwie finden. In diesem inzwischen schon recht, äh, äh, ja, großen, breit gefächerten Baumenü. Wobei es mir ja noch natürlich bei weitem noch nicht genug Bauoptionen sind. Ich hätte ja gern noch ungefähr 500 weitere Objekte oder sowas, wenn es geht. Naja. So, vielleicht kriegen wir ja... Ich, 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 ich höre schon wieder auf, über Mods zu reden. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann doch noch PS4-Mods, die uns dann noch ein paar schöne Pakete an Bauoptionen bringen. Ich meine, so schnell werden uns die Siedlungen nicht ausgehen, indem wir rumbauen müssen. Insofern, äh, können, dürfen, sollen. Deswegen, äh, mache ich mir da auch keine Sorgen, dass wir irgendwie, dass ich irgendwie Sachen umbauen müsste, weil jetzt irgendwie Mods kommen oder so. Macht man einfach was Neues. Neues Modspiel. Also einen neuen Mod-Siedlungs-Dingens. Falls es denn jemals soweit ist. Also, das ist aber alles unklar und Zukunftsmusik und unsicher und deswegen, höre ich, rede ich jetzt gar nicht mehr drüber. So, die meisten Glühbirnen leuchten schon. Ich hänge bei allen da oben noch eine hin. Und vielleicht auch wirklich unter das Dach. Ist, glaube ich, auch keine blöde Idee. Habe ich hier schon welche hingehangen? Müsste ich doch fast da oben immerhin eine. Da ist auch eine, nö, dann, dann ist ja alles okay. So, jetzt kommt wieder der schwierige Teil, der knifflige Teil. Und zwar Strom hier reinkriegen. Ich kannte mal einen schönen Glitch. Mit dem kann man Strom, äh, überall hinbringen, wo man will. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, wie der funktioniert. Ich muss mal rumexperimentieren. Jetzt passt auf, wie war das gleich nochmal? Ich glaube, ich brauche einen Tisch oder irgendwie sowas. Ich versuche das jetzt einfach. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. Ist mir doch wurscht. Also, ich baue mal hier so einen kleinen Tisch. Ich glaube, den baue ich lieber hier hin. Jetzt baue ich hier so einen Ponöbel, einen Energie-Ponöbel. Wenn ich ihn jemals finde. Es ist wirklich, finde ich, unübersichtlich mittlerweile. Gut, genau. Und jetzt verbinden wir diesen Ponöbel mit dem Generator und der Tisch wird weggescrapped. Und jetzt nehme ich diesen Ponöbel und es funktioniert leider nicht. Ich dachte nämlich, jetzt könnte ich den irgendwie platzieren, wo ich will, so ungefähr. Aber das stimmt wohl nicht. So war es wohl doch nicht. Ah, Moment. Jetzt glaube ich, weiß ich es. Genau. Ist ja logisch. Pass auf. Ich habe so ein bisschen die Glitch-Logik schon teilweise verstanden. Es könnte funktionieren, dass ich jetzt genau den Tisch nämlich überall hinstelle, wo ich Bock drauf habe. Und trotzdem wird der dann noch mit Energie versorgt. Ich glaube, so war es. Ich glaube, so war es. Das ist, glaube ich, cool. Das heißt, wir stellen den jetzt zum Beispiel hier einfach ins Eck. Und dann scrappe ich den Tisch weg. Und jetzt haben wir hier ein Dingensbumsens. Und jetzt schaue ich mal, ob dieses Dingensbumsen auch wirklich Strom erzeugt. Was mache ich denn da am besten? Ich brauche irgendwas, das Strom braucht. So ein bisschen zumindest. Nur jetzt schnell zum Testen. Ich mache hier so ein Förderband. Und jetzt schließe ich dieses Förderband an das Ding da. Nein, es läuft nicht. Na gut, dann funktioniert das nicht oder nicht mehr. Oder ich weiß es nur nicht mehr, wie es funktioniert. Oder irgendwas anderes. Ist ja auch egal. Irgendwie kriegen wir hier schon Strom rein. Ah, ich glaube, ich weiß auch schon wie. Also, man könnte versuchen. Ich glaube, das sind echte Hohlräume, diese Löcher im Fenster. Ich glaube, das sind nicht nur Fake-Löcher, also durchsichtige Texturen quasi. Sondern echte Löcher in der Textur. Und wenn das so ist, dürfte es eigentlich funktionieren, durch dieses kaputte Fensterstrom zu verlegen. Das werde ich jetzt mal versuchen. Ansonsten versuche ich es nochmal mit diesen Leitungen. Ich finde die zwar irgendwie ein bisschen komisch immer. Also, mit diesen Leitungen werde ich nicht warm. Aber zumindest funktioniert es mit denen manchmal, dass man die so durch die Wand irgendwie durchkriegt. Mit ein bisschen Glitch. Glitchgefühl. Was wollte ich jetzt hier? Ich wollte hier den da, glaube ich. Ach, Quatsch. Nicht den da, sondern den da. Den kleinen. Weil ich mir denke, der hat vielleicht eine gute Höhe. Der ist sogar ein bisschen zu hoch. Naja, aber ich platziere ihn mal hier. Nur mal so. Naja, hier außen ist er ein bisschen zu niedrig wieder. Naja, hier sieht es ganz gut aus. Jetzt versuche ich es mal. Hier das Kabel. Na, schade. Das würde eigentlich, glaube ich, einigermaßen schön durchs Fenster gehen, oder? Naja, das könnte man ein bisschen optimieren noch. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Ne, aber es würde jetzt schon sehr gut durchgehen. Also, ich glaube fast, das funktioniert leider nicht. Weil sonst müsste es jetzt eigentlich funktionieren, glaube ich. Naja, der geht schon gut durchs Fenster jetzt durch eigentlich. Naja, dann funktioniert das natürlich leider irgendwie einfach alles nicht. Dass Strom von außen nach innen bringen immer so schwierig ist. Das ist echt doof. Aber ich kenne da auch irgendwie keinen wirklich nützlichen Trick. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie wirklich vorgesehen ist. Also, man müsste halt irgendwie wirklich eine Wand mit Loch machen. Ja, dann mache ich es so. Ich versuche es mal so. Dann mache ich hier so ein kaputtes Scheunenteil. Die finde ich zwar ein bisschen hässlich, aber dann funktioniert es vielleicht wenigstens. Das dürfte ja schon reichen. Ich meine, ich könnte auf Nummer sicher gehen und das hier nehmen. Aber das finde ich ein bisschen sehr krass. Ich versuche es jetzt einfach mal so, dass wir hier ein bisschen Energie reinkriegen. Wenn dann das Kabel mal hier drin ist, ist alles kein Problem mehr. Aber das reinzukriegen ist immer ein bisschen doof. Okay, ich baue mal hier einen hin. Ah, das wäre natürlich optimal. Vielleicht kriegen wir das sogar wirklich hin. Vielleicht brauchen wir den da oben nämlich zum Beispiel gar nicht. Dann verbinden wir das hier direkt miteinander. Beziehungsweise kann ich ja den da oben ruhig irgendwie hier oben hinhängen. Dann haben wir da oben auch schon Strom. Und über das Loch kriegen wir jetzt normalerweise absolut problemlos Strom auch wirklich hier in unsere schöne Scheune. Unsere schöne Scheune. Vielleicht mache ich diese ja an der Wand entlang. Das ist, glaube ich, das Beste. Erstmal. Wobei wir dann vielleicht mit der Treppe hier Schwierigkeiten kriegen. Müssen wir vielleicht doch nochmal über die Decke ausweichen hier rüber. Wie machen wir dann weiter? Das ist jetzt die Frage. Naja, jetzt mache ich erstmal... Da kümmern wir uns dann später rum. Jetzt verbinde ich erstmal hier. Alles mit Kabel. So. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir das halt wirklich eine Etage höher kriegen. Ähm. Ja, 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 ja. Ich habe es gerade gesehen. Der war gerade kurz. Genau, genau, genau. Genau. Das könnte nämlich hinhauen. Perfekt. Und jetzt können wir hier wahrscheinlich einfach einen an die Decke hängen. Und dann ist schon mal ein großes Stück geschafft. Na, und jetzt nicht springen. Kabel verlegen. Warum geht hier jetzt kein Kabel? Willst du mich verarschen? Was soll das? Na gut, na gut, na gut, na gut. Dann ist schon okay. Das geht, glaube ich, durchs Geländer. Doch, dann machen wir das hier hin. Ist schon okay. Äh, nein. Kabel verlegen. Genau. Okay. Gut, 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 gut. Läuft ganz gut. So, dann mache ich jetzt hier noch einen hin. Und ich versuche wieder da einen hin zu machen. Auch so ums Eck bauen. Strom ums Eck zu verlegen. Also so Stromkabel ums Eck bauen ist auch immer echt knifflig. Aber das könnte sich ausgehen. Perfekt. Ich schiebe den mal, vielleicht, wenn ich darf, noch ein bisschen hier rüber. Oder bis das Kabel einfach gerade nach oben geht. Einigermaßen gerade zumindest. Finde ich schöner. Na, jetzt ist es fast ein bisschen zu weit. Jo, okay. So, müsste eigentlich eh schon reichen, oder? Ne, für die da oben noch nicht. Na gut. Dann hänge ich hier noch was an die Decke. Wir brauchen ja auch noch ein Geländer. Damit hier keiner runterfällt. Arbeitsschutz und so. Auch im Wasteland geht Sicherheit vor. Wenn ich jetzt hier noch... Eigentlich reicht es schon. Ja, okay. Dann schauen wir mal. Dann lassen wir es jetzt erstmal. Wenn noch irgendwie was an technisches Gerät hier reinkommt, das Strom braucht, können wir noch weiter verlegen. Aber jetzt erstmal passt es und ist, glaube ich, ganz schön verlegt, ohne Probleme. Aufs Dach... Genau, aufs Dach können wir nämlich dann auch außen nochmal Strom legen. Wenn wir hier außen irgendwie Strom bräuchten, dann kann man das nämlich von hier sich holen. Genau, aber auch die Außenlaterne brennt. Das ist cool. Und hier oben wollte ich ja im Grunde so eine Terrasse machen. Das heißt, wir brauchen hier einen Zaun. Ähm... Zaun, Zaun, Zaun. Ich mache einen wirklichen, echten Zaun. Oder... Nee, ich mache keinen echten Zaun. Ich mache entweder... Jetzt muss ich mal gucken. Ähm... Gibt es nicht im Lagerhaus auch so Geländer? Es ist alles so verstreut überall irgendwie. Aber ich bin mir fast sicher, dass es auch im Lagerhaus so... Gibt es auf jeden Fall Balken. Das ist auch schon nicht schlecht. Stall. Genau. So Holzbalken kann man zur Dekoration auch noch irgendwo einsetzen. Vielleicht so Stützbalken. Einfach nur so, damit die da sind. Da, wo es Sinn macht halt. Zum Beispiel hier. Und hier. Ich glaube, das ist ganz cool. Das hat, glaube ich, einen coolen Effekt, wenn so ein bisschen Stützbalken rumstehen. Aber es ist, glaube ich, fast überall zu hoch bei uns, als dass das wirklich Sinn macht. Hier kann man noch einen hinstellen. Und hier. Ja, okay. Dann hier. Und hier. Ach so. Wird auch noch eins weiter hinten gehen. Ja, dann steht schon durchs Geländer durch. Das ist nix. Ne, dann lassen wir es so. Ach, das ist doch ganz nett, oder? Das sieht doch ganz cool aus. Hier unten kann man auch noch ein paar hinmachen. Joa, das gefällt mir. Cool. Okay. Okay. Plumps, Klos brauchen wir jetzt hier drin nicht. Leider. Leider, leider können wir gerade keine Klumps, Klumps, Klos brauchen. Ö, Treppen auch nicht, Dächer auch nicht. Hier sind doch irgendwo Geländer. Hier sind doch irgendwo Geländer. Das kann mir doch keiner erzählen, dass es hier keine Geländer gibt. Nein, aber ohne Witz. Es gibt doch so Lagerhausgeländer. Sind die vielleicht bei Gerüste dabei? Ne, bei Gerüste sind die, glaube ich, nicht dabei. Naja, es könnte schon sein, dass ich die benutzt habe. Aber in dem Fall will ich die gar nicht benutzen. Vielleicht mache ich oben einfach, ich glaube, das passt optisch einfach am besten zusammen, wenn ich oben wieder so Wild-West-Deko-Zäune mache, so wie hier. Mal schauen. Da muss ich erstmal den Nuka World Tab finden. Ich glaube, der ist unter Dekoration. Nuka World. Dry Rock Glutsch. Und die Dinger da. Genau. Schauen wir mal so viel wie möglich. Oder, was heißt, so viel wie möglich. Eher so nah wie möglich aneinander, wollte ich sagen. Okay. Na dann. Das sieht doch schon besser aus. Und ich glaube, das gleiche mache ich jetzt oben. Uh, wir haben schon wieder einen radioaktiven Sturm. Strong badet sich im radioaktiven Sturm. Sind Supermutanten eigentlich immun gegen Radioaktivität, so wie Gule? Ich meine, die sind ja durch diesen Virus entstanden und nicht durch Radioaktivität, so wie Gule. Müsste mal einfach mit radioaktiven Waffen auf die schießen und schauen, ob es denen mehr Schaden macht. Also Schaden macht. Äh, aber ich habe keinen Bock drauf. So. Ich versuche das. Ich habe das ein bisschen unschön hier gemacht. Ich glaube, ich baue es lieber so, dass es am Eck dann abschließt. Dann soll lieber hier hinten ein bisschen offen sein. Aber vielleicht kriegen wir hier sogar noch was hin. Das darf ja von mir aus ruhig schon ein bisschen im Dach versinken. Aber vom Editor aus darf es leider nicht im Dach versinken. Aber, jetzt fällt mir noch was ein. Ah, dann machen wir erstmal hier das Geländer fertig. Bevor ich jetzt wieder was Neues anfange. Immer das Gleiche mit mir. Ich mache immer 15 Sachen gleichzeitig und nichts wird fertig. Aber wirklich, ich baue jetzt hier die Baustelle. Falls ihr euch denkt, äh, warum baut er jetzt hier eigentlich diese blöde Farm, wenn er doch noch eine Vault zu bauen hat und so. Ähm, die baue ich natürlich noch, die Vault. Ich will jetzt hier Nuka Vault im Grunde abschließen, damit ich da ein Häkchen drunter setzen kann. Damit wir hier vielleicht nie wieder herkommen, wer weiß. Äh, deswegen, und da gehört für mich jetzt auch diese Baustelle dazu irgendwie. Die will ich jetzt hier schon auch fertig machen. Äh, damit, wenn wir gehen, sollen es unsere, unsere Siedler hier wenigstens schön haben. Und, man kann ja auch. Ah ja, gut, jetzt versuche ich wirklich mal hier eine Treppe zu bauen. Äh, in der Nuka-Kate müssen wir auch noch ein paar Waffen freischalten, würde ich sagen. Und dann ist es aber wirklich soweit. Dann gehen wir zurück und bauen wieder unsere Vault. Ah, schade. Das geht aus irgendeinem Grund nicht. Ich hätte jetzt gehofft, wir könnten hier die Treppe noch hinbauen. Weil das wäre vielleicht cool. gewesen. Vielleicht eine andere Treppe. Ich versuche mal eine andere Kategorie. Vielleicht von mir aus auch eine Lagerhaustreppe. Aber ich glaube, das sind so ziemlich die gleichen. Sag mal, war ich gerade unter Lagerhaus? Ich war doch beim Stall drin, oder? Irgendwie sind das genau die gleichen Treppen, oder? Keine Ahnung. Äh, ich versuche mal unter Holz. Die Holztreppen vielleicht. Ah, okay. Immerhin. Ich meine, nicht optimal, aber das könnte funktionieren. Ja, man kann hochgehen. Und man kann natürlich auch wieder runtergehen. Na ja, dann würde ich die da stehen lassen. Warum denn nicht? Man kann natürlich auch hier übers Dach gehen, aber das ist halt gefährlich. Vor allem, wenn es regnet. Weil es glitschig ist. Ich frage mich, für was eigentlich... Also, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir haben hier ein Häuschen. So, dann haben wir hier oben eine wunderschöne Terrasse. Ich habe keine Ahnung warum. Vielleicht wirklich einfach zum Chillen. Eine chillige Chill-Terrasse. Das heißt, wir machen hier ein bisschen Möbel. Chillige Chill-Möbel. Äh, gibt... Ja, hier so Gartenstühle. Wir haben doch die neun roten Nougat-Cola-Gartenstühle. Wenn es schon fast keine neuen Möbel gibt, dann nehmen wir die wenigstens. So. Ach ja, stimmt. Wartet mal. Ich wollte doch hier einen Wachposten machen. Das macht nämlich viel mehr Sinn. Das heißt, ich reiße hier nochmal ein bisschen was ab. Ja, da hätte ich jetzt früher dran denken sollen. Naja, naja, naja. Was soll's. Ich glaube, so einer reicht, oder? Oder machen wir gleich auf dicke Hose. Machen wir einen Riesenturm. Nee, ich finde die eigentlich irgendwie ein bisschen schöner. Vor allem, die kann man dann auch so ein bisschen überstehen lassen. Und dann schön ins Gitter, ins Geländer. Mit einem bauen, oder so. Okay. Und hier in die Richtung bauen wir sowas auch nochmal. Schade, auch das lässt sich nicht gut aufs Dach bauen. Sonst hätten wir aufs Dach noch mehrere von denen bauen können. Das hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Ist aber leider nicht drin. So. Könnte man auch machen. Sowas hier. Aber mach ich nicht. Nee, ich mach ja wieder. Ich geh wieder zu den Wildwest-Dekorations-Nookerworld-Objekten. Und dann bauen wir den hier nochmal auf den Zaun. Achso, hier muss hier jetzt keiner hin. Aber hier könnten wir... Wenn wir hier zwei irgendwie unterbringen könnten... Oh, die darf ich sogar ziemlich weit da rein versenken. Na ja, machen wir von mir aus so. Dann verschiebe ich das noch ein bisschen. Ah, das ist doch perfekt. Na ja, ist doch nicht schlecht. Ich hätte halt wirklich gern hier vorne zum Beispiel noch einen Turm gehabt. Das wäre echt cool. Genau über dem Weg. So ein kleiner Vorsprung mit so einem kleinen... kleinen Gatling-Geschütz oder so. Aber ich versuche mal was... Momentchen mal. Vielleicht können wir nämlich wirklich erstens... Das versuche ich jetzt als erstes gleich mal. Vielleicht können wir hier Geschütztürme drauf platzieren. Das könnte doch eigentlich theoretisch funktionieren. Tut's aber nicht. Aber gibt's nicht Scheunteile? Hm, jetzt muss ich mal gucken. Gibt's nicht Scheunteile? Da waren doch so komische Teile mit dabei im Stall. Gibt's denn nicht Teile, die man... Böden, die man aufs Dach extra platziert? So ganz komische. Auf jeden Fall nicht bei den Böden. Waren die unter Dach vielleicht? Auch nicht wirklich, oder? Eine Dachplattform. Eine Dachplattform. Ja, im Grunde hätte ich gerne Dachplattform hier oben. Das stimmt. Aha! Aha! Ah, das ist cool. Das ist eigentlich echt ganz cool. Da bauen wir da drüben auch noch eine hin. Wenn ich darf, vielleicht bitte. Editor, ich schau mal, wie genau ich's hier gemacht hab. So. Müsste eigentlich so gehen. Ach so, hier ist kein Dach mehr. Haha! Haha! Aber man kann die aneinander flödeln. Beziehungsweise... Ah, das ist auch eine Dachplattform. Wie... Wie muss die hin? So. Aha, ich verstehe. Das ist ja richtig cool. Das wusste ich überhaupt ehrlich. Überhaupt nicht. Das wusste ich überhaupt ehrlich nicht. Aber wartet mal. Wenn's solche Plattformen eh gibt, dann brauchen wir die Eckplattform vielleicht gar nicht. Vielleicht kann ich dann einfach direkt hier so... Genau. Das ist cool. Mach ich hier noch eine. Durch, strong durch. Jetzt ist er eingemauert. Der Arme. Ich glaub, dann mach ich die da oben weg. Kann ich hier so... Das wär cool, wenn ich hier einfach nur so Leitern auslegen könnte. Aufs Dach legen, damit man besser drauf gehen kann. Ne, aber ist schon okay. Ist ja eh super. Ist ja eh super. Man kommt ja quasi... Ist ja echt super. Okay, ich muss mal hier die Tür zumachen. Das gefällt mir. Ich hab grad... Das ist cool. Ich hab grad nen Bauflash wieder. Ähm... Ach so, dann müssen wir wieder zu den Deko-Objekten. Wenn ich hier wieder den Holzzaun haben will. Ah, nervig. Äh, ich seh grad, wir sind eh schon wieder gut in der Zeit. Dann würd ich sagen, machen wir hier jetzt mal schnell nen Strich durch die Rechnung. Und ich wollte ja eigentlich hier was. Ich wollte ja eigentlich hier ne Plattform. Na gut. Und um die Probleme kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken und abonnieren. Nicht vergessen, das wär total super cool. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.